Heute zeige ich euch einige sehr einfache Übungen, die ihr nach dem Aufstehen üben könnt. Sie werden euch einen aufgeweckten Start geben. Zunächst werden wir mit der Handfläche um die Augen reiben. Also so ungefähr 16 mal. Dann drücken wir mit den Fingern sehr fest auf die Kopfhaut oder den Schädel, also nicht streicheln. Und dann streichen wir mit der Mitte der Handfläche den Nacken hinunter 16 mal. Dann streichen wir den Hals runter 16 mal. Und als nächstes legen wir die Handflächen über die Ohren und trommeln mit den Fingern im Nacken knapp unterhalb dem Schädel, ungefähr 32 mal. Dann hier zwischen der untersten Rippe und dem Hüftgelenk auf dem Rückgrat. Mit der Mitte der Handflächen streifen wir das Gesäß runter, zurück zur Mitte, zum Steißbein und wieder hoch. Diese Übung kann x-beliebige Male wiederholt werden. Sie hilft, untere Rückenleiden zu erleichtern. Und dann streichen wir mit den Handflächen um die Knie herum von außen nach innen. Für mehr detaillierte Informationen und weitere Artikel besucht bitte unsere Webseite taiji.capedown. Wenn Sie an unseren Serien Gefallen finden, unterstützen Sie uns bitte durch patreon.com. Über eine freiwillige Spende würden wir uns freuen. Das neue Stil die Mordkraft. Und dann AM 16 Mal 16 Mal 16 Mal 14 Mal 15 Mal 15 Mal 15 Mal 16. 2 Mal 16 Mal 16 Mal 16 Mal 16 Mal 16acc hierarisattat.